hallo meine freunde superkalle für euch am start und herzlich willkommen zu einem neuen multiplayer uncharted 4 let's play wir müssen hier charakter aussehen wir nehmen glatzen an die und jetzt hoffe ich mal dass wir die jetzt richtig wegrandalieren werden snoopy2a sergio flow gegen so kallers boom 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 ich habe eine andere waffe ich komme hier an der seite hoch oh je ich glaube das wird in herthausschwer ja so geht man da auch rein oder hat nicht machen wir beim nächsten mal die sniper jetzt machen wir uns erstmal versuchen nochmal zu flankieren oh die sind da ziemlich verteilt und es soll euer schade nicht sein und es soll euer schade nicht sein ohne das könnt ihr nicht gewinnen halt still ich seh mir das mal an jawohl ich lasse mir nicht gern helfen halt ich fasse aber oh 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 da sind wir das ja es gibt keinen kommenden vorraus was machst du da ich wollte noch ein bisschen spielen ach komm 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 lenk ihn ab ich hab ihn du hast einen großen Mann doch 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 Hier kommt was! Hier, fang! Da, fängst du! Na los! C4 Bonus. Lass mich nicht sterben. Na, ich habe immer so eine Miene mit. So, jetzt aber. Wir haben hier noch einen Sniper. Komm! Sofort auf Schlachtfeld! Sicher! Du hast dich einzig warst! Jetzt bist du dran! Keine Sorge, ich bin ein Furphy. Sehen wir? Ja, toll. Dank. Oh, 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 oh! Ah, der Kopfschmerz. Warte mal, haben wir nicht irgendwas so halb-halb, halb-halb? Everett, Stürmer, Schütze. Das gehen wir beim nächsten Mal, ich glaub das ist schon eher was, was wir mit AK spielen. Was aber auch nicht schlimm ist. Hast du dir selbst zuzuschreiben? Nimm das! Im Gewicht zu verlieren ist keine Schande. Oh, schon, schon, schon. Kameraden, helft mir! Hilfe! Ich hab dich gleich wieder zusammengeschlägt. Herr Berner, Herr Berner! Geh mir nicht ständig meine Kills! Hier, Munition! Gündo! Ah, komm. Scheiße. Ich bin noch dabei. Ich weiß allerdings dich für wie lange. Jetzt. Auf die Knie vor mir. Hier kommt was. Eure Knochenwirkung. Den teilen wir uns. Der gibt jetzt Ruhe. Ich war nicht am Boden. Das war jämmerlicher Schwächling. Kommt die jetzt von hinten? Unterwegs! Ach, hier kommt noch was. Alle vorne, jawohl. Ich brauche hier sofort eine Notbrettung. Ah, da liegt einer drin. Mit deutscher Konkurrenz hatte ich nicht gerechnet. Hab etwas Munition für dich. Ich hab dich zerquetscht. Gehe und Gnade. Fahr doch! Hier! Wer mich reist, bezahlt dafür. Jetzt erledige ich dich! Hey! Steh nicht wieder auf! Ich werde euer schlagendes Herz... Hallo? Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder. Nein! Also... Meine Mädchen wieder nicht mit. Was? Die ist unter Kontrolle! Hasselrechner... Ich bin schon wieder auf! Die ist fertig! Leiche Unterstützungsfeuer! ...Wir kam doch! Hör! Niemand hält mich aus! Komm, 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 komm! Komm! Unser Ahnung, rechts, links! ... ... ... ... ... ... Oh Oh So meine Freunde Wir sind jetzt am Ende des Videos und somit auf meiner Infocard angelangt. Ich wollte mich bedanken, dass ihr eingeschaltet habt und nochmal daran erinnern, das Video zu bewerten. Wenn ihr was zu sagen habt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ich werde versuchen alle zu lesen und zu beantworten. Des Weiteren verlinke ich euch noch ein anderes Video, das euch ebenfalls gut unterhalten wird. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao